Ich muss sagen, mein erstes Studium war ebenfalls ein Berufsbegleitungsstudium. Das bestand aus einer Ausbildung zum großen Aushandelskaufmann, ein Studium im Bereich Handelsmanagement und Einsätzen bei der Douglas Holding AG. Was mich begeistert hat, war vor allem die Praxisorientierung. Deswegen war für mich auch klar, ich möchte auf dem Weg weitergehen und mich einerseits universitär als auch beruflich weiterbilden und das zur gleichen Zeit. Besonders gut an dem Programm gefällt mir die Vereinbarkeit mit dem Beruf. Das ist wirklich das wichtigste Argument, dass man es hinbekommt alles und dass es von den Inhalten auch zum Beruf passt. Von daher zum einen den Bereich General Management, wo man einfach die Weiterbildung als Führungskraft sowohl fachlich als auch rhetorisch sich weiterbilden kann und zum anderen halt die Spezialisierung Marketing, CRM, Vertrieb, die da einfach nochmal in die Richtung geht, die mich besonders interessiert und wo man da sich nochmal speziell weiterbilden kann. Was mir hier besonders gut gefällt, ist einerseits die Zusammensetzung des Kurses. Wir haben hier eine sehr, sehr heterogene Zusammensetzung. Menschen aus verschiedenen Branchen, das heißt Banken, Logistik, Marketing, Business Development, aber auch sehr verschiedene Altersklassen. Und das ergibt einfach immer einen sehr spannenden Austausch und Dialog. Unser berufsbegleitender Master unterscheidet sich in einer Reihe von Punkten von anderen Programmen, die am Markt angeboten werden. Das erste ist, dass die Berufstätigkeit, die unsere Studierende ja parallel verfolgen, überhaupt nicht beeinträchtigt wird. Das heißt, unsere Kurse finden statt an Samstagen und im Blockunterricht einmal pro Semester in einer Blockwoche, die dann in die Urlaubszeit der Studierenden fällt. Das heißt, wen sprechen wir an, die besonders motivieren. Das zweite, was uns auszeichnet, sind die Spezialisierung, die voll integriert in unserem Studium stattfinden. Es gibt fünf an der Zahl. Das heißt, sie haben zum einen eine General Management Ausbildung, die wir kombinieren mit einer bestimmten Fach- oder Funktionsspezialisierung. Das heißt, sie haben zur Rückseitiator in der Landschaft herbe, Bücher ist die Kommission, dieuite voncriptions zu einem Die Brille ist das letzte. Vielen Dank.